Servus Leute und wir kommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, es regnet ein kleines bisschen und wir sind hier im Wald unterwegs, wollen auf einen kleinen Aufsichtspunkt hoch und wenn ihr mitkommen wollt, dann macht es euch zu Hause auf der Couch gemütlich und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der erste Aussichtspunkt, der heißt Zwurms. So ein ganz kleiner Berg hier. Bei schönem Wetter hat man eine richtig tolle Aussicht aufs Rheintal, aber heute werden wir vermutlich nicht so viel sehen. Aber ich gehe richtig gern so Regenspaziergänge, das ist echt herrlich. Meine Freundin hält sich ja verrückt, dass ich mir extra einen Regentag ausgesucht habe für die Wanderung. Wie seht ihr das? Geht ihr gerne beim Regen raus oder bleibt ihr doch lieber auf der gemütlichen Couch zu Hause? Schreibt mal unten in die Kommentare. Die Musik Die Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind am ersten Etappenziel angekommen, die Zwurmsaussicht und man sieht mehr als ich gedacht habe. Nach der mehr oder weniger traumhaften Aussicht ins nebelige Rheintal geht es jetzt wieder runter und dann an dem Forstweg entlang kommt eine kleine Hütte, da können wir uns dann drunter setzen und eine ordentliche Brotzeit machen. Bis zum nächsten Mal. Musik Den gehen wir jetzt ein bisschen entlang und dann kommt eine schöne Hütte, da hocken wir uns dann drunter. Musik Musik Ah, richtig gemütlich hier im Trockenen. Jetzt gibt es hier erstmal eine Brotzeit, was zu essen und die schöne Aussicht genießen. Bei uns gibt es heute frisches Kürbiskernbrot vom Bäcker. Fast zwei Jahre alten Bergkäse, eine gute Steinpilzsalame und ein paar frische Tomaten. Der Bergkäse ist echt saugut. Richtig cremig. Und die gute Steinpilzsalame. So kann man es aushalten. So kann man sich nicht mehr sehen, wie es geht. So kann man es sich um den Bergkäse zu sehen. Weiter geht's. Regentest überstanden. Ich mag den Hut echt. Es sind sogar noch andere Menschen unterwegs heute. Unglaublich. Der Kusch sind sich hier. Der Kusch ist am warst. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir gehen jetzt zum Auto zurück, fahren nach Hause, machen uns auf der Couch gemütlich und genießen noch den restlichen Sonntag. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!